Seit Jahren verfolgt mich die Sorge, dass das echte Schneiderhandwerk in Europa ausstirbt. Es gibt leider immer weniger Ausbildungsbetriebe. Die Produktion ist schon vor Jahrzehnten in Billiglandländern abgewandert, wo die Schneidertradition durch Akkordarbeit ersetzt wird. Als Familienbetrieb der neunten Generation gehören wir zu den letzten Überlebenden im deutschsprachigen Raum. Aber auch wir können in unserem Betrieb in Salzburg jedes Jahr nur ein bis zwei Lehrlinge aufnehmen. Und es tut mir von Herzen weh, dass wir jedes Jahr Dutzende Bewerber ablehnen müssen. Jede Absage ist der geplatzte Traum eines jungen Menschen. Deswegen haben wir die Schneiderakademie ins Leben gerufen, um jeder Person, die diese Handwerkskunst erlernen möchte, die Möglichkeit zu geben. Ich selbst hatte das große Glück, in einen Schneidereibetrieb hineingeboren zu werden. Mein Großvater und mein Vater haben mich ausgebildet und das Wissen, dass es bei uns in der Familie schon über 250 Jahre gibt, das haben sie mir weitergegeben. Aber was viele nicht wissen, auch ich wollte noch mehr sehen. Ich wollte in anderen Schneidereibetrieben dazulernen, bevor ich den Familienbetrieb zu Hause übernehme. Ich habe in ganz Österreich und Bayern die besten Schneider gefragt und leider eine Absage nach der anderen bekommen. Die meisten wollten ihr Wissen nicht teilen, damit sie nicht die Konkurrenz ausbilden. Ich fand das damals sehr unfair. Aber das wirklich Schlimme daran ist, dass es keinen einzigen dieser Betriebe heute mehr gibt, dass dieses alte Wissen für immer verloren gegangen ist. Ich denke, wir Handwerker sollen lieber zusammenarbeiten, voneinander lernen und versuchen, uns in der Qualität zu übertreffen. Wir sollten das Wissen und die Freude an diesem Handwerk teilen, damit es nicht verloren geht. Ich denke da oft an meinen verstorbenen Vater. Er würde mich mit voller Tatkraft unterstützen. Meine Leidenschaft für diesen Beruf habe ich von ihm geerbt und ich möchte sie jetzt mit allen teilen, die dieses schöne Handwerk erlernen wollen. Deswegen machen wir diesen Online-Kurs. Statt trockener Theorie wollen wir die Freude an dem Handwerk teilen. Deswegen bauen wir die Einheiten ab der ersten Stunde auf Modelle auf, die wir gemeinsam nähen. Das Wissen ist genau da eingebaut, wo man es sofort anwenden kann. So entsteht hochprofessionelle Schneiderkunst, wie wir sie in unserem Betrieb mit Freude leben und weitergeben. Gemeinsam schaffen wir es, dass dieses Wissen und Handwerk in Europa erhalten bleibt. Wir haben uns bemüht, dass wir für Anfänger und Fortgeschrittene mit Tipps und Tricks viel Wissen vermitteln. Genau deshalb bieten wir eine 6-Wochen-Geld-Zurück-Garantie ohne Wenn und Aber an. Wenn du die Freude an diesem schönen Handwerk entdeckt hast, dann schau dir die ersten Einheiten dieses Kurses an und du wirst erkennen, ob dieser Kurs das Richtige für dich ist. Mit uns gemeinsam lernst du dieses schöne Handwerk von der PICI auf. Melde dich jetzt an. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich.